Ich bin also nicht nur Besitzer eines Radiomuseums, sondern hauptberuflich bin ich eigentlich Obstbauer im Alten Land und als Obstbauer muss ich mich natürlich auch um die Ernte meiner Äpfel kümmern und die werden heutzutage in diesen großen Kisten gepflückt, die wir in der Plantage bewegen müssen. Dafür haben wir so einen Handwagen umgebaut und haben den mit, man kann das hier schön sehen, mit vier E-Bike-Motoren versehen und dieser Handwagen ist also in der Lage so eine 300 Kilo Kiste in der Plantage zu bewegen. Ich kann das mal kurz zeigen. Der fährt also jetzt rein, klingt sich automatisch ein und ich kann dann die Kiste elektrisch anheben und dann in der Plantage immer ein Stückchen weiter bewegen. Das macht der Wagen im Grunde dann auch alleine, fährt also immer ein Stückchen weiter und soll damit die Arbeit erleichtern. Das ist eigentlich der Gedanke dabei. Das Geniale bei diesem Wagen ist, dass er mittlerweile mit einer Photovoltaikplatte ausgerüstet ist und damit abends nicht mehr ins Haus geholt werden muss und an die Ladestation gesteckt werden muss, sondern er bleibt ständig in der Plantage stehen und ist dann, wenn er abends abgeschaltet wird, am nächsten Tag auch wieder betriebsbereit, weil die Sonne lädt die Batterie im Grunde immer wieder voll, wenn eine Sonne scheint. Verbaut haben wir eigentlich lange gesucht, zuerst mit Fahrradtechnik geguckt, damit haben wir es aber nicht realisiert gekriegt. Da sind jetzt tatsächlich Rennkartketten. Von kleinen Rennkarts haben wir die Ritzel und auch die Ketten verwendet. Die ermöglichen eine Untersetzung von 1 zu 10 und haben damit die richtige Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch die Kraft, die wir brauchen, um eine Kiste in der Plantage zu bewegen. Im Moment sind wir gerade dabei, mit der Hochschule 21 in Buxtehude zusammen, das Projekt noch professioneller durchzuziehen. Das heißt dann autonomes Fahren, GPS-Steuerung, so dass im Prinzip diese Maschinen auch noch den Job übernehmen, nämlich die Kisten aus der Plantage rauszufahren auf den Hof und das Ganze auch noch selbst tätig. Und wir hoffen jetzt, dass wir dafür Fördergelder bekommen, um dieses Projekt zu realisieren. Da geht es dann auch um Datenerfassung, Landwirtschaft 4.0, das Thema. Und es wird eine spannende Sache, hoffen wir.